Alle Hallöchen und Willkommen zu unserem Wooden City Let's Play. Zombie City Let's Play. Was Zombie City? Eben fünf Zombies vor der Hut. Achtung! Einer! Alter Andi, schau mal, das macht man ja so. Schau mal so an. Und ja, ich habe das Ding drin. People, people. Ich habe das Kop. Ich habe so ein Pack drin. 128 x 128 Auflösung. Und Andi hat immer noch das andere Detection Pack drin, oder? Ja. Das, was ich auch umgeändert habe. Mhm. Weil ich treffe das Behinderteskelet nicht. Nein, die Weizen! Ah! Edwin Edwin Edwin! Alter Alter Alter! Du bist aggro, du bist aggro! Es ist ja bald Tag, es ist ja bald Tag. Das ist ja bald Tag. Also, heute wollen wir ein bisschen produktiv sein. Ja, Essen und Lagerhaus und durch den Endermann immer noch. Und ich muss den Timer noch starten. Timer! Timer, 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 Start! Also, jetzt bauen wir das Lagerhaus. Andi, wo wollen wir das Lagerhaus bauen? Hier vorne. Hier vorne. Ja, hier vorne. In den Wald hast du noch fertig abholzen. Oh Mann, man hat bloß ein Ding installieren. Nein, das ist Cheating. Was? Also! Äh... Ähm, Ding? Äh, wie heißt das? Timer Mod. Timer Mod, ja. Oder Tree Capital. Kenn ich nicht. Jetzt wollen wir mal die Bäume abbauen. Okay. Dann gibt es ein bisschen Holz, aber du hast die Farbe, wir brauchen das nur Roh. Für? Das Lagerhaus? Ja. Alter, aber ich finde das Texture Pack geht mega geil. Ich finde mein Texture Pack auch mega geil. Und ich finde die Texture Pack, die so mehr real life sind, einfach geil. Und Andi ist mehr so der Comic. Ich weiss nicht, ich weiss nicht, welches Texture Pack ist. Von Branden. Ist nicht Misa. Nein. Bei Misa kriegst du einfach das Kotze. Alter, hör mal auf. Das sage ich auch nicht bei deinem Lieblings Texture Pack, oder? Ja doch, vielleicht schon, aber. Und der Fabi ist wieder mal nicht dabei, weil jetzt dumm ist zum Scheissen. Nein. Nein, nein. Wir haben abgemacht gehabt. Und ich habe hier oben, genau um Punkt 60 oben aufgenommen. Er sagte so, ja, ja, kein Problem, sicher kann ich dort. Und dann irgendwie fünf Minuten vor 60 oben, er sagte so, sorry, ich kann nicht aufnehmen. Meine Mutter sagt, ich darf nicht. So Branden, ich habe einen Baum abgebaut. Was hast du gemacht? Labert? Nein, das auch. Und ich habe auch einen Baum abgebaut. Und ich habe den Spaki ein bisschen bewundert, wie er jetzt ausgesehen mit dem geilen Texture Pack. Okay, super. Spaki, komm raus. Ich denke mal, wir wollen produktiv sein. Obwohl, ja, es geht nicht mehr dir eigentlich. Ähm, ich bin produktiv gewesen, du Spako. Ja, ich habe gesehen. Heute, so eine halbe Minute lang. Ja, das ist ja schon euer Rekord. Ja, eben. Leckere Jole. Ah. In 20 Minuten Eissachkraft. Also, ähm. 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 Ich muss mir jetzt das ganze, das ganze Ding abholzen. Andi. Ja, einfach die Bäume da. ALLE! Jo. Ja, die da. Alle. So viele sind es ja nicht. Doch. Ja, einfach die Baumgruppe. Okay, okay, mach du mal. Ah, was machst du in der Zeit? Ich muss etwas ausprobieren. Nein, du hilfst jetzt. Ja, ich hilf jetzt dann auch. Ja, jetzt dann. Jetzt dann. Jetzt dann. Nach dieser Folge machen wir Dinge. Er sagt jeder, was er gemacht hat. Ja, easy. Ich baue das Zeug, der hat kaputt, ich repariere es wieder. Und Fabio schaut zu, wenn er da ist. Ja, ja. So, mit dem geht es viel schneller, was ich jetzt gerade mache. Hast du eine Eisenachst gemacht? Nein. Nein. No, no, etwas effizienter. Diamantangst. Ja. Bist du behindert? Nein, nein, nein. Noch besser als Diamantangst. Holzangst. Goldangst? Nein. Doch, mit Goldangst geht es mega schnell. Nein, mit dem geht es viel, viel, viel schneller! Seh und staunen, Andi! Hand. Hast du gerade einen Mott? Alter du behinderte Mongo, wir brauchen die Bäume, wir brauchen das Holz. Ja, gebrochen, ja, schau mal. Ein Schwein hat gerade gebrannt. Ein Schwein hat gleich gebrannt. Oh je, so geil. Wir brauchen das Holz. Wie schön. Wir haben schon genug Holz. Okay, also. Dann bekommst du die Aufnahme, wenn wir Holz brauchen, gehst du Holzfarmen. Gut, haben wir jetzt einen? Nein. Ja, natürlich. Hast du den Wald nicht abgebrannt? Es geht durch schneller so. Ja, du hast gesagt, schneller ist besser. Sag mal, dass du behindert bist. Ah scheisse, ich brenne. Ah, Wasser. Es geht durch schneller so. Ja gut, sicher schneller. Aber wenn wir es abgebaut hätten, hätten wir auch noch Holz bekommen. Ja, wir hätten schon... Alter, wer hat das Buggy angekommen? Ich war es nicht. Alter, das Buggy! Ja. Nein. Rinn ins Wasser. Nein, du gehst. Was ist? Du kannst es einfach nicht einschätzen. Du bist einfach zu... Schau mal, wie schnell der Wald weg ist. Ja, super. Alter, du kannst du... Wie soll ich da so ein komisches Riesenloch? Ich weiss nicht, welches Dunkel ist übrig. Das müssen wir stopfen. Und die Lava müssen wir zubauen. Hä? Die Lava müssen wir zubauen. Ich brenne, ich brenne. Schau. Du bist behindert, du heisst, ich brenne. Halt die Schnauze. Es ist so. Halt die Schnauze. Ich habe nicht eine Idee gehabt, wie das effizient ist. Ich bin auf die Idee gekommen, aber weil ich schlau genug bin, haben wir das nicht gemacht, dass wir gerade Holz gehabt hätten. Ja, aber... Aber das ist gut, jetzt hast du den Job, Holz sammeln, wenn man welches brauchen. Weisst du? Bin ich schon einverstanden? Nein. Doch bin ich. Wir haben schon genügend Holz. Ich habe jetzt schon... Ja bis jetzt... Ich habe zwei Stäte. Aber ich würde mal Holz brauchen, weisst du? Ja, dann gehen wir farmen. Ja, du gehst farmen. Ja, du gehst farmen. Also, in der nächsten Fall. Erfolg hol ich Holz. Nein, du holst Holz, wenn wir es brauchen. Ja, eben. Ja, eben. Das wird lange nicht der Fall sein. Ah, es ist schnell der Fall. Ja, also, sorry, aber du hast gesagt, Holz ist altmodisch. Und dann haben wir zuerst gemeint, nein, wir müssen ohne Holz bauen. Obwohl... Ja, du brauchst trotzdem immer Holz. Ja, aber... Ja, ja. Holz... braucht man am meisten dafür zu bauen. Aber ist das jetzt Obsidian? Ja. Okay. Ich... Mach mal... Ja, mach mal dort. Dann planieren. Ich mach mal dort. Und dann kann man dann ausschütteln. Aber dafür haben wir jetzt... ähm... schnell den ganzen Wald gerodert. Welcher Spack hat jetzt der... ähm... der Knopf wieder unten? Ich? Nein. Wieso? Gewöhnt dich lieber dran. Knöpfe unten. Nein, Knöpfe oben. Dann mach da die Schiebetür hin, dann ist er unten. Wieso? Jo, kennst du einfach mal Druckplatten? Jo, doch nicht aussen. Nein, ist doch stylisch aussen. Jo, ja geil. Läuft immer wieder mal Creeper rein. YOLO. Jo, wieso nicht? Scheiss egal. Ich weiss nicht, was was ist. Ähm... Ich brauche etwas zum fooden. Ich habe zwei Melonen. Bin ich dumm? Ah, da haben wir wirklich nichts zum fooden. Ja. Es liegt jetzt... Nein, wir haben nichts zum fooden. Es liegen zwei Melonen vor der Tür. Jo, zwei Melonen helfen mir nicht so viel. Jo, ich hatte ja einfach nur. Mhm. Hätte ich auch nichts geben. Mhm. Jo. Ist so. Mhm. Ja. Geh, weg schiessen. Wenigstens bin ich schlau genug dazu. H-h-h-h-he, meine ich nicht. He, 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 he. Ja, du hast den Wald abgefackelt. Jo, das ist doch... Und das ist jetzt die effizienteste Lösung, der Minecraft... Die ist nicht ökonomisch gewesen. Ökonomisch? Weisst du gerade was ökonomisch heisst? Doch. Nämlich? Umweltfreundlich? Nein, eben nicht. Was denn? Wirtschaftlich effizient. Kannst du noch. Jo ist so. Jo ist ja gut. Aber ja nein, dafür können wir jetzt viel viel schneller anfangen mit dem Lagerhausbau. Wir müssen jetzt hier mal planieren und dann aufschütten. Ich mache mal unser Dach fertig. Nein, das ist unnötiger. Andi. Das muss auch gut aussehen. Du hast es gerade gesagt. Du musst auch nicht gut aussehen. Du hast es zu Hause gestellt. Du hast es zu Hause gestellt. Jo, aber du hast es mir gerade gesagt. Du willst es gerade so planieren und den ganzen Scheiss. Jo, das muss halt noch sein. Vor der letzten Folge habe ich angefangen. Das mache ich jetzt fertig. Wie kann man Cookies machen, bin ich dumm. Ja. Sag einfach, wie man Cookies macht. Dings muss in die Mitte. Was? Was? Kakaobohnen in die Mitte. Und rundherum Weizen. Also links und rechts Weizen. Ah. Ah. Ich habe 24 Cookies. Ich habe 24 Cookies. Du kannst mal weiter planieren und das Loch auffüllen. Okay. Dafür brauche ich Erde. Ich habe Erde. Ich habe Erde. Ich wirfe sie hier vor die Türe. Nein, ist schon gut. Ich habe jetzt schon Erde. Es liegt ziemlich viel vor der Türe. Wir haben genau drei Stacks Erde. Es liegen zwei Stacks noch vor der Türe. Ja. So viel würde ich wohl nicht brauchen. So viel wirst du längst brauchen. Auf welchem Modus sind wir jetzt eigentlich? Auf hart? Immer auf hart. Also ja, haben wir. Wirklich? Ja. Oder hat sie es wieder umgestellt? Hast du die Serverproperties auf hart gestellt? Ja, das ist auf hart. Wirst du die Serverproperties auf hart stellen? Also ich sehe nicht. Ja, egal. Ist das schon wieder Nacht? Also ich sehe immer noch nicht. Wie lange geht es falsch? Ähm, 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 ähm. Wir haben noch 5,5 Minuten. Okay. Alter, der Mond sieht geil aus! Der Mond sieht auch geil aus. Miser Mond. Ich weiss! Miser Mond ist das. Das ist immer der einzige. Unter der Sonne ist immer das einzige, der von mir so gut aussieht. Alter, Andi, ich hatte dir mal die nächsten Arten. Ich sage nur die Wahrheit. So, das Dach ist fertig. Also, jetzt gehen wir pennen. So. Gutes Morgen miteinander. Schön ausgeschlafen. Alter, wieso bin ich... Ja, voll. Ich habe jetzt gerade aus Versehen eine scheisse Erdung gesetzt. Und ich wollte eigentlich Cookies essen. Ja, da hat es noch Blätter in der Luft. Entschuldigung. Mich brennt sie, glaube ich, gerade da. Glaubst du? Darf ich? Ja. Scheisse, ich kann aber... Ah, 40. Ich bin nicht so durcheinander irgendwie... Ich wollte eine Schaufel machen. 40, 40, 40. So, jetzt sieht das Häuschen richtig stylisch aus. Es geht so. Ich habe eine bessere Seite. Hä? Im Ausnahms... Hä? Im Ausnahmsfissen hast du irgendetwas stylisches gemacht? Ja. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Alter, nein, ich hoffe... Ha, 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 ha. Hey, es ist ein Noderloch, wo du stopfen kannst. Ich kann dich netzen. Ist so. LOL, du bist ein Skorpion. Skorpion. Ja. Wie... Bitte sehr. Was ist ein Skorpion in Minecraft? Ein Skorpion ist ein Skorpion. Das ist ein Skorpion. Du bist behindert. Dann gibst du nicht in Minecraft. Zeig mal. Wo? Das war gerade ab 70. Nein, das siehst du nicht. Du, im Sand ist ein Skorpion. Aha. Das Feld kann man da auch mal platzen. Ja, kannst du schon Sturm machen. Äh, sollte ich... Äh, ich bin produktiv im Vergleich zu dir. Ja. Ja, ich muss jetzt... Ich muss jetzt das alles stopfen und das... Ja. Du, eben. Also, auf die... Hier habe ich schon abgetragen. Hier habe ich nicht aufgefüllen. Wo? Auf diese Ebene, hier. Also, das kannst du lassen. Was? Was? Hier die Höhle... Irgendwie so zu bauen. So. Halt. Die ganze Höhle zu bauen? Also, ob es sie die anderen auch? Ja. Also, ob sie die anderen frische ich die Tür drauf. Und wieso tust du das jetzt mit... 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 Mit Dings dann ab? Andi. Und dann kommt auch eine Schicht... Und dann kommt auch die Tür drauf. Nein, das ist doch unnötig. Machen wir gerade mit dort. Weil ich gerade Cobblestone in der Hand habe. Du musst... Du musst doch nicht Cobblestone reintun. Alter, bist du dumm. Aber dann mach nicht nur eine Schicht. Mach mindestens zwei. Wieso? Ja, damit wenn der Blogabend nicht gerade reinkann ist. Es muss mindestens zwei sein. Nein. Ist doch egal. Nein, ist es nicht. Doch. Und ja, ähm... Ich glaube nächste Woche. Am Sonntag. Kann ich ein Special Video? Nein, kommt dann... Was? Können wir Demos... Äh nein. Ab dem nächsten... Sonntag... Können wir am Sonntag immer zwei Videos. Ja. Halt Boden City und etwas anderes. Ja. Schon geheim. Etwas Geheims. Also das muss... Da machen wir glaube... Ähm... Ehm... 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 Wir haben es gehört, der andere ist ein Spassverderber. Man muss alles geheim halten, ja. Jo. Also ich würde dann sagen wir mal die Folge beenden. Nein. Doch. Okay. Okay. Also ich hoffe es soll euch gefallen und wenn ja dann könnt ihr... Ihr... Positive Bewertung. Und ihr uns abonnieren und... Positive Bewertung. Und unsere Facebook-Seite liken. Und eine positive Bewertung für das Video. Ja. Genau. Und kommentieren und was auch immer was man aber alles macht. Und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.